Gefällt es dir? Ja, richtig. Schau mal hier. Bei Seitenofi kann man gesehen werden. Hi Danny, hi Leute. Ich habe heute etwas Interessantes und zwar Mustafa bei mir. Und machen wir heute zusammen Modelface. So Mustafa, sag mir erst mal, wo kommst du her? Ich bin Afghane, bin deutschland aufgewachsen, bin aus Wiesbaden. Okay. Und wir sehen alle, bei Mustafa alles sieht fast perfekt. Aber wir möchten alles tatsächlich betonen. Und zwar ein Jawline, ein Kinn, Weinknochen und auch Lippen und die Nase. Ich fange mit dem Jawline an. Ich mache jetzt die Weine. Jetzt die Nase. Wie ich gesagt habe, wir arbeiten in dem Fall bei Mustafa hier vorne mehr als oben. Ich bin fertig mit Jawline, Kinn, Weinknochen und Nase. Was machen wir jetzt? Das Kunde. Alles klar. Ja. Are you ready Mustafa das zu sehen? Jawohl. Bitte schön. Bei Seitenofi kann man gesehen werden. Ja. Also wie ich erwähnt habe. Ich bin überzeugt. Prositiv überrascht. Vielen Dank. Perfekt. Freut mich Mustafa für dich. Ich bin König. Schrhau. Es ist ein alles besser. Auf Similarer dich, Jahren.